Heistee Heistee Ich hab noch glaub ich Ich glaub ich hab noch welchen in meinem Glas Ja Sehr viel, 3 Viertel noch Oder eher 2 Drittel Ja, dann sagen wir 3 Fünftel 3 Fünftel dürfte sagen nicht ganz gut Ja, noch ein bisschen mehr Mathematik oder so Hallo, das ist ein einfacher Brüche Ja Reden wir über Quantenphysik? Nein, ich hab in der letzten schon was durchgelesen Sehr interessantes Thema gefunden Aber das lass ich jetzt Ich muss die Leute jetzt unterhalten während du trinkst Hi, ich bin Marius und ich größe meinen meinen Papa und meine Mama und meine Schwester und meinen kleinen Bruder und meinen Onkel und meinen Cousin und meine beiden Omas meinen Deutschlehrer Soll ich aufhören? Ja, bitte Und was wenn ich's nicht tue? Dann schläfst du auf dem Balkon Dann noch die beste Sache Oh Ich hab die Pokémon Musik im Kopf Yay! Ja, bist du selbst dran schuld! Ich hab das auf meinem Computer Ich hab das auf meinem Computer Wollen wir das nachher hören? Nein, dann geht's gar nicht mehr raus Das wär toll Ich kann dir natürlich auch Hm, wir können auch mal so Günther Musik hören Nein Dann, also wenn du wenn du gleich die Pokémon Titelmusik spielst dann komm ich mit dir mit Günther Titelmusik? Ich hab das ganze Album So episch bin ich You touch my tralala Hm, my ding ding dong Ah, kannst du aufhören mit Stammeln? Hör auf! Ach, bitte La 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 Was? Oh, you touch my... Au! Ah! Hilfe! Vergewaltigung! An den Haaren vor allem Ja! Oh man Wir haben so viel über das Spiel bis jetzt geredet Das ist echt der absolute Hammer Ja Du bist jetzt ein kranker Hasenmörder Und Ähm Ja, das hat sich geändert Das war die Änderung bis jetzt Wirklich ein Hasenmörder geworden Ein kranker Hasenmörder Ein kranker Ja, die alte hier steht sowieso auf Feuer und Flammen Und brennen, brennen Und Ja Wobei ist noch Hier haben wir mal einen ganzen Wald angezündet Als wir das das erste Mal so zusammen gespielt haben Schmecke ich lecker, oder? Nee Warum Ich kriegst du dann an mir rum Wieso schon wieder Nimm eine Scheibe Brot oder so Verlass mich in Ruhe Aber Ja, aber ist langweilig und 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 Fleisch Ja, da war auch noch Wurst dabei Kannst doch nur Teller essen Aber es ist auch kein Fleisch Wer weiß Wir können auch noch zu McDonalds fahren In deinem armes Fleisch Wir können auch zu McDonalds fahren Dann kann ich meinen Arm behalten Weil das doof wenn der ab ist Weil nie wieder Borderlands Das ist eigentlich das einzigste was daran schlimm ist Ja, obwohl Also ok Er war ja der linke Aber links Eh, den kann ich nicht mehr zocken Ist ja doof Nö Wie einfach der Baum gerade da oben im Hintergrund gestorben ist Ja, das würde bestimmt gut brennen Wenn meine Axt nicht kaputt gegangen wäre Kann man die Ruhe essen? Kann man die Ruhe essen? Kannst probieren Soll ich mal abmachen? Mein Hals ist nicht lang genug Hält du mir die Ruhe? Ja, was hast du gedacht was ich mache? Sieht ein bisschen hart aus Ach nee Quatsch Du musst drauf dass die hart sein könnte Halt Halt Oh mein Gott Also was hatten wir jetzt? Haben wir jetzt alles durch? Samen? Kommen? Hart? Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt? Nee Ja Echt? Ja Gold Was ist denn das zweite eigentlich? Ja Kann man was essen? Was ist Gold? Oh, schade Du musst du für Geräusche Ich Dreh mich um Zzzzzzzz Fufff Das hab mich gewendet und jetzt zieht es Ach so weil du in einer riesengroßen Pfanne neben mir auf dem Herd natürlich bist und ich habe ja in der Pfanne mit meinem Laptop Ja Ja Er gibt Sinn Ja... Wenn es Ihnen jetzt noch jemanden zugehört hat... ... Ihr seid saukrank. Kann ja sein, dass das der Anfang von der neuen Folge ist. Kommt drauf an, wie lange wir aufnehmen. Ne, nicht mi 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 mi... Ja, du mi mi mi´s rum, immer. Nicht so lange aufnehmen... Hast du jetzt die Klappe? Boah, das ist voll das nervige Geräusch, warte ich, normaab. Atmen. Ja, soll man nicht unterschätzen. Ich wollte gerade sagen, bist du kaputt, oder? Nein. Jetzt zieht das so wieder an. Elmo, Elmo ist wieder da, Leute. Hallo. Hi, hey, hallo. Hier ist Buttercake. Das erinnert mich auch an irgendein anderes Vieh. Der redet noch so geschissen. Buttercake. Nein, irgend so ein... Was könnte das sein? Ich will nicht wieder weg in meinem Leben. Ich glaube, es ist irgend so ein... Wer euch die Stimme irgendwas sagt, falls ihr es überhaupt hört, ich weiß es ja gar nicht. Ich hoffe es einfach mal. An wen erinnert euch das? Buttercake. Ein Räger. Nein. Wer geht das aber eher so an? Scheiße. Was zählt? Ich dachte, die hätten mir die alle rausgenommen, ey. Wo kommen die da jetzt her? Hey. Ich habe das mit mir getan. Ich habe es verdient. Ah, das ist heiß. Was war es? Was ist das? Das Netzteil links. Von deinem Lopetum. Deinem Lopetum. Deinem Lopetum. Umgehört zu werden. Und... Hallo, es greift mich an. Oh, jetzt kommen da wieder welche. Ja, danke. Du hast gerade eine brennende Fackel in deinen scheiß Rucksack. Du hättest es richtig gesehen. Ja, sonst ist es in der Hosentasche. Was ist besser? Dann nehme ich lieber den Rucksack. Ähm, okay. Das stimmt. Die Alte wieder Hunger kriegt. Ich hätte aus... Nein, nein. Was denn? Ich hätte irgendwie da jetzt nur einen schlechten Winz draus machen können. Du machst nur schlechte Winze. Der eine mehr oder weniger hält jetzt auf. Bin ich Spike oder was? Hey. Kannst du mal gucken, ob der geschrieben hat auf meinem Handy? Auf deinem Handy? Mhm. Liegt da. Nacktfotos darf ich behalten? Mhm. Okay. Warum? Genau in diesem Moment. Wahrscheinlich, weil jedes Mann beziehen muss. Wahrscheinlich, weil du jetzt irgendwie erst... ...denkrankhaft, das ist keine Ahnung. Oh, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil... ...mich eine Spille verfolgt. Ich bin jetzt gerade getötet. Das hat er geschoben. Da darf ich nicht gehen. Okay, zu. Frag mal warum. Das hat er geschoben. Nee. Habe ich dir schon gesagt, aber... Guck mal, ob ich den ganzen Braten... äh... bald wieder anzünden kann. Ich koche das Fleisch einfach mal. Oh nein, jetzt hast du gegessen. Ah, dafür ist mein Hunger voll. Zieht einem das kein Leben mehr ab? Ja, es kann sein, weil das so weit hinten lag, weil irgendwie mein WLAN... ...das kann sein, dass das WLAN sich deaktiviert, wenn es ein Krämpfer ist. Das hat meins auch erst gemacht. Echt? Ja. Das hat man ja vorher nie gemacht. Hattest du es vorher im WLAN? Ja. Oder im mobilen WLAN? Nee, ich hatte es auch schon vor, äh, die letzten Tage am WLAN. Okay, dann ist es was anderes. Oh, ich wollte meiner Schwester noch das Bewerbungsfoto schicken. Kannst du das mal machen? Weißt du, schon schön, so ein Diener, so. Hat schon was. Warum habe ich sowas nicht öfter? So, weil du zu weit weg wohnst, scheiße. Ich stehe da unter Steff oder so. Ich weiß. Wie du weißt. Hast du mir schon oft genug irgendwie gezeigt, guck mal, was sie mir geschrieben hat. Naja, dann machen wir oben da auch die, weiß ich schon. Weißt du, wie man Bilder verschickt hat? Ja. Da. Oder hast du da noch irgendeine Früche? Ganz unten. Hast du da noch einen Anfang? Also ich wollte nur fragen, ob du die Version davon bist. Ja, ja. Oder ob du vielleicht auch irgendeine andere, das heißt, dass du eventuell... Ich habe nur eine Version davon. Irgendein Kommentar dazu? Ähm. Kannst du nur fragen, wie sie das findet. Ähm. Ähm. Äh. 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 Ja. Die Bewerbung hätten auch mal fertig man können. Ach, scheiße drauf. Äh. Ein bisschen Geld für den Umzug. Ja. So. Wir unterhalten die Leute ja. Oh mein Hals. Ich brauche mehr Eisdäfen. Ja. Ja. die ganze Zeit sprichst. Weil wenn ich die ganze Zeit die quietsche Stimme sprechen würde, würde mir das auch total auf den Hals gehen. Äh. Machen wir doch so. Machen. Aber ich glaube, ich werde das länger durchhalten als du. Hallo. Hallo. ... Frage ist, was als erstes aufgibt. Der Hals oder der Kopf? Hahaha. Hahaha. Ja, gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es der Kopf. Hehe. Hahaha. Hahaha. Empfange. Hahaha. Gut, dass jetzt keiner gesehen hat, weil ich die Sehnen in die Hand genommen hab und die Luft gesessen hab und es kam noch nix okay. Es hat uns nicht wieder verarscht. Was ist das mit den Tanken, Tanken, gell? Warte? Ja, hier, mit den... Achso. Oh, puh. Tod. Ähm. Ja, Leute! Ich glaub, dass Spaß dann mit uns darf, oder? Reicht das erstmal? Vielleicht nehmen wir noch irgendeinen anderen Scheiß auf. Mal gucken. Eine Nachricht. Machen wir gleich. Ja, Leute, dann, äh, vielleicht nehmen wir noch irgendwas anderes auf, werdet ihr da ja mitbekommen, ob da noch irgendwie irgendwas anderes Lustiges, Episches auf euch zukommt. Wenn nicht, dann nicht. Kommt. Ja, was ist wieder? Ja. Ja. Dann, ciao! Tschüss!